Wir sind bekannt für superlative und exotische Auslandsreisen und genau das sollte dann damit kombiniert werden. In 100 Stunden einen 100 Sekunden Film kreieren. Von über 60.000 Filmemacher haben sich 300 beworben und wir haben von diesen 350 Filmemacher und Filmemacherinnen ausgesucht. Es ging wirklich rasant hinter den Kulissen zu. Dort mussten Hotels arrangiert werden, die Leihwagen mussten organisiert werden, Drehorte, Eintritte dafür. Und plötzlich war es soweit und 36 Personen aus der ganzen Welt kamen in Abu Dhabi an. Die Filmemacher konnten tun, was sie wollen. Es gab keine Tagline, es war ganz der künstlerischen Freiheit überlassen und das sucht wirklich seinesgleichen. Volles Risiko auf der einen Seite und künstlerisches Schaffen auf der anderen. Jeweils die einzelnen Filmemacher brachten Schauspieler mit Tänzer, mieteten Rennboote. Einer ist sogar irgendwie Formel 1 gefahren. Ich glaube, einige haben vergessen, dass es sich hierbei um einen Wettbewerb handelt. Darüber hinaus hatten wir auch noch ein ganzes Team an Influencern dabei. Das war im Prinzip unsere Galleonsfigur der Außenkommunikation. Und dann war der Zeitpunkt da. Wir hatten alle Filme zusammen. Hier stand jetzt in diesen Minuten alles auf dem Prüfstand. Die ganze Aktion steht und fällt nun mit der Qualität dieser Videos. Wir konnten nicht fassen, was wir da gesehen haben. Was wir einfach dort gesehen haben, war unglaublich und hat unsere Erwartungen wirklich alle gesprengt. Dann kam es eben für alle nochmal zu der großen letzten Überraschung, die wir für sie hatten. Die Spannung war in der Luft. Keiner wusste, was der andere gedreht hatte. Und das war die große Premiere von jedem Einzelnen der Filme. Aus dieser sporadischen Idee hat sich so ein großes Event entwickelt. Unsere Sponsoren und Partner waren ebenfalls absolut zufrieden mit dem Resultat. Und zwar einen der größten, wenn nicht den größten und spektakulärsten Video-Wettbewerb der Welt geschaffen zu haben.